2 oder 1 oder 2? 6 Stück brauchst du dafür für 16 Glasscheiben. Ich hätte jetzt gerade gesagt 9, aber gut. 78, genau. Ich frage mich ja eigentlich, wie er aus sowas überhaupt das verwendet. Ganz ehrlich, soll ja irgendwie realistisch halbwegs sein, aber es wirkt keinen Sinn. Wie willst du aus fertigen Glasblöcken noch Glasschein machen? Es geht schon, hallo, mit der Säge einfach mal durchschneiden, dann hast du den Glasschein. Mit der Säge? Ja, mit der Säge. Ja, mit der Säge. Jetzt wissen wir, was er studiert hat. Ähm, klar. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, das ist alles langsam. Ja, ich weiß, ich bin immer zu lang. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, hallo, hallo, hallo. Halli, hallo, halla. Aber ich glaube, man kann wirklich Glasschneiden. Ja, ja, immer. Es gibt ja sowas. Ja, es gibt durchaus Glasschneider. Ja, aber das Problem ist, du kannst das nicht einfach so im Block zerschneiden. Ja, klar, es geht. Ich, ich schaff alle. Ja, mit Laser vielleicht, ja, theoretisch. Das könnte vielleicht machbar sein. Keine Ahnung. Bin aber auch nicht so sicher. Wenn Laser machbar wären, ne? Ich hab'n Apfel. Es gibt doch schon Maschinen, die mit Laser Sachen zerschneiden. Ähm, 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 aber, aber. Hallo, sie lassen ihre Augen lasern. Ähm, ja. Äh, aber. Die schneiden sich einfach die Augen auf. Hä? Äh, aber, 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 aber es gibt ein kleines Problem mit Laser und Glas. Und schmilzt dann einfach das Glas. Hey, 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 ja. Beleidige mich nicht gleich. Hä, bin ich so. Beleidige mich nicht gleich. Mann, Benni, ist das so weit oben angeht. Ey, beleidige mich nicht gleich. Nein, ich hab' keine Glasscheiben mehr. Fuck. Dann musst du auf den Boden werfen, dann hast du wieder ein paar Scheiben. Ja, ja, genau. Genau so ist es eigentlich auch Glas. Ach, wenn ich jetzt so sehe, irgendwie, ich brauch' auch einen Baumhaus. Welcher See? Also, ein richtiges Baumhaus mein' ich natürlich. Irgendwie. Nicht so was, was Danny gemacht hat. Das ist ja kein Baumhaus mehr. Das ist ja. Das ist ein Hausbaum. Oh, das war geklaut. Das ist ja ein Baumstamm. Ein Hausbaum. Einfach so. Oha, Fickse, Alter. Der hat mich auch... What the fuck. Wieso beleidigt der mich immer eigentlich gleich? Der Zombie hat gebrannt, mich berudert und dann hab' ich auch gebrannt. Was, der hat gerudert? Ja. Das hab' ich auch gar nicht verstanden. Ich hab' mich auch gerudert und dann hat mich geschlagen. Ich auch. Er hat gerudert und dann hat mich geschlagen. Danny, du musst an deiner Aussprache, ne? Weißt du selber. Der Pfeil. Der Pfeil auch, ja. Der Pfeil auch, ja. Das versteh' ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Aber erst mal sagen. Lern zu bauen. Bauen kann man nicht lernen. Entweder man kann bauen oder man baut scheiße. Oh Mann, Danny. Und das zweite trifft auf mich zu. Wie, was war's nicht? Ja, ich bin runtergefallen. Das war mal das, was unter mir die Kate ist. Lol. Ich dachte, Danny bock mich wieder runter, ey. Nein. Darum komm ich leider nicht ran. Wie wenig ich dir vertraue, ey. Ja, gar nicht. Ich bin erstaunt, dass du mir überhaupt vertraust. Ja. Oh Gott. Ich glaub, Wim, Wim, Wim ist selber darüber erstaunt. Ach, was willst du denn jetzt hier? Mit dir hat das genau eine Rede. Wär mal nicht so beleidigend. Boah, jetzt geht's hier gleich wieder los. Immer auf die, äh, großen Schwachen, ja? Ja. Ja. Gamescom, wir kommen. Warte doch nicht, dass ich behindert bin. Achso, ich weiß es noch nicht. Achso, ich weiß es noch nicht. Ne, sowieso weiß es noch nicht. Ich, ich verrate schon wieder alles. Das wissen doch die... Das wissen doch die... Das wissen doch die... Slender Sea Rival? Mach ich noch. Bestimmt. Ja, irgendwann mal. Bestimmt. Und wenn DC Standalone kommt, machen wir auch DC Standalone. Und, ähm, was haben wir noch vor? Wenn ich PC hab, mach ich bei allem mit. GDR5, wenn es rauskommt, machen wir... Haben wir überhaupt schon recht? Nö. Das hast du dir noch nicht mal angeschrieben. Nö. Nö. Warum auch? So. Warum auch? Ja, hallo. Wir sind mit Tracing, Junge da. Richtig. Die... Die kommen zu uns und bitten uns, damit wir ihr Spiel let's playen, ja? Ja, die geben uns Geld dafür. Ja, richtig. Ey, was, was du nicht... Machst du was kostenlos noch nicht, ey? Ohne Spaß. Mhm, die geben uns so viel Geld, dass wir uns das so kaufen müssen. Ah, die gibt uns YouTube Money. Und nein, wir kriegen keinen YouTube Money, wir brauchen jetzt auch nicht. Wir sind nicht Geldgeil. Aber eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Aber... Aber wir haben keinen YouTube Money, ne? Kriegen wir nicht. Aber ne, abonniert uns eigentlich, ihr Fotzen. Los, mach jetzt, los. Genau du da jetzt. Ich bin abogeil. Ja, das glaube ich dir sogar. Ich bin klickgeil. Klickgeil? Ich bin gar nicht... Ich bin gar nicht... Ich bin gar nicht... Oh... Alter. Was denn, was meint ihr denn? Flickflack? Flick. Ja, genau, Flickflack. Ein geiles Song. Willi ist der einzige, der wieder realistisch ist hier. Ja, richtig. Was ist mit einem Flickflack? Wieso denken alle so, versaut zuvor, weißt du? Was ist mit einem Flickflack? Äh, naja, wir machen Flickflack. Ach so, cool. Das ist cool. Ja, 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 Willi, du besonders, ja. Wieso? Ja, wieso? Hab ich wohl noch eher als du? Er sportlicher als du, man. Ja. Du neu. Steuermann kann nix, Alter. Was macht ihr hier eigentlich? Na ja, ich kann's wenigstens. Ach so, ihr habt... Ah ja, wow. Ihr habt Holz geholt. Efter. Wieso habt ihr Diamantschwert da? Wieso hab ich Diamantschwert? Wieso hast du eine Diamantrüstung? Weil wir keine Diamanten mehr in den Kisten haben. Na mal Tassen schlagen. Warum habt ihr Diamantschwert? Wieso? Weil wir keine... LOL, jetzt geh doch mal weg hier. Lass mich in Ruhe. Haben wir nur Coils gefahren? LOL. Ja, komm mal. Lass mich in Ruhe. Mann, jetzt geht doch mal weg, ey. Ey, ich danke noch mit der Faust zu. Ich fühl mich... Ich fühl mich gemobbt. Ich mit ne Holzblock. Mit der Faust drauf, mit der Faust drauf. Ey, nicht mit dir Schwert, Mann. Ja, ihr sollt mich nicht sagen. Mach mal ein bisschen kaputt. Oh, Alter. Mann, Alter. Ins Wasser mit dir. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht jetzt. Ist das jetzt euer Ernie, ey? Ins Wasser. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ich bin echt tot. Ich muss weggehen. Ich auch. Ey, sagt der haut mit dir? Ja, ihr sollt mich auch nicht kaputt hauen. Der hat ihn fast kaputt gemacht mit der bösen Hand, ey. Ja. Und der kommt mit nem Bier Schwert aus seiner Hose an. Oh, ey. Ey, so teuer ist das, oder was? Ja. Wie macht das denn billigst auf dem Strich? Ist er ja auch. Achso. Weil ich hab schon mal alles abgeschreitet da unten. Oh, Alter. Oh, nee, ey. Oh, fuck, ey. Lassen wir jetzt hier Dingsen, ne? Wir brauchen auch mehr Holz. Noch mehr? Ja, viel mehr. Ja. Ich hab äh, jetzt nen Steck und noch ein bisschen. Ja, ich hab nen Steck und nen Halb. Und nen Steck und nen bisschen. Ich hab auch die Meister. Ja. Ihr Dings? Ja. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Wann ist du grad um? In Bretter? Ja. Okay. Gib mir mal an dein Holz und weiß nicht, wie viel wir haben. Aber in dem Fall ist dann weiß ich nicht, ich hab genug. Den weiß ich, ich hab genug. Den weiß ich, ich hab genug. So, ich hab genug, ey. Wir machen ja die Moorim. Also, ich hab's halt, Alter. Und, wie du geholt. Du brauchst nicht immer deine Moorim rausholen, ist schon okay. Boah, Alter, wie viel krass, viel, äh, Dings wir dafür haben, mittlerweile. wie ich umschreibung für das eine wort haben wir gerade so auf setzlinge weil das denn ein seppling eigentlich wenn ihr das ist das fett von den bäumen ja ich habe mir das schon so angewöhnt von dir das ist ich sammle die zepplings an das heißt doch auch so nein das heißt zeppling bei mir steht eichensäppling bei mir steht eichensäppling genau weil ich das deutsch sage wäre das ja setzling und keiner von euch merkt das du bist scheiße setzlinge 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 kann gerade nicht reden sonst kann ich wieder reden das ist mein haus ja bei den maus mein häus im haus raus ist mein haus die dreckige maus ich bin ich bin der klaus genau das wollte ich doch wollte ich ich hatte den den gedanken schon vor dir ich habe schon viel viel früher gedenkt dass sie gedanken gedenkt bevor die gedanken gedacht werden konnten genau das ab jetzt denn ich hallo ich habe mich egal sie gehen denn ich du hast aber eben noch ein baum abgefahren ja ich habe genau das kann ich dir gehen genau das hier ja war ja war ja war du gehst du bist du bist da war nicht raus hier in der türkei ich baume ich Türkei aus dem Knast, genau. Auf jeden Fall. Auch Seppling. LOL! Hätte ich nur einen Schuppel gegeben mit dem Seppling. Du hast mich abgeworfen, Mann. Abgeworfen? Voll ins Gesicht, ja? Ja, mit Kuh. LOL! Mann, was macht denn so einen fucking Creeper hier, ey? Und ich hör den nicht. Studieren. Ich will mich doch verarschen, jetzt hat er hier ein Loch reingerissen, ey. Mann, der applaudiert, ja? Scheiß Creeper, ey. Bitte. Alter. Bitte schön. Nein, nein! Mann, guck mal, da hinten eine Sau. Mann, du bist bestimmt trächtig. Wer ist trächtig? Du. Der Spiel ist trächtig. Ja, immer doch. Prächtig. Prächtig, trächtig. Aber das verstehe ich echt nicht. Warum es trächtig ist? Ja. Was ist... ach egal. Jetzt fragt er nicht. Was ist trächtig? Nein, ich wollte was anderes sagen. Achso. Aber ich bin dem rechte ich, oder? Ich hab... Mir ist das überhaupt nicht eingefallen. Also ich wusste, das gibt's. Aber... Das interessiert doch den Knecht nicht so weit, genau. Mein Haus... Mein Haus ist rechteckig. Rechteckig? Boah, wie viele Reime kann man wohl... Das glaube ich dir echt nicht. Boah... Das war ein Reim. Das war ein Reim. Ich war ein, aber kein echter. Das ist ein schlechter. Aber die Größe des Hauses ist beträchtig. Ähm... Ist... ist das denn berechtigt? Oh! Ich kann keinen Reim. Das weiß ich echt nicht. Echt nicht hatten wir schon. Echt nicht? Ja. Ja, das hatten wir schon. Ist doch egal. Weiß doch keiner. Aber... Ähm... Ich... Ich bin berechtigt. Äh... Scheiße, weiter weiß ich nicht mehr. Du bist trächtig? Schon wieder? Ja. Du bist nicht trächtig? Schon wieder? Schon wieder? Aber das weiß ich echt nicht. Du bist ja grad drunter gesprungen. Ich hab mir eigentlich... Was du erst mal wollte ich hier runterkommen, aber na gut. Achso, okay. Es wär besser wenn Tag ist, ne? Komm wir machen den Tag Tanz. Oh nein, mach nicht den Tag Tanz. Oha. Habalaba. Oh. So. Ja, ist das ja voll idiot. Egal, jetzt können wir es auch so lassen. Mann ey, dieser Cheater ey, der Cheater von mir. Ey. Aber nur. Da war schon wieder der Tag Tag. Ich mach's wieder auf Nacht. Nein. Oh Mensch. Jetzt... Gott du Gott ey. Jetzt mach's auf Tag. Ey, ich schmeiß dich ja nicht raus aus dem Team. Ja, ja. Achso, übrigens im Sommer ist WR WR. Wem ist Racing Weltrekord? Oh ja. So sieht das aus. Ich freu mich schon voll drauf. Äh, ich auch. Das ist geil werden. Also wir versuchen Dauer senden. Äh, 100 Stunden. Über 100 Stunden. Weltrekord holen. Oh ja. Äh, Alter. 100 Stunden, ja. Ja. Über 100 Stunden. Aber Puppe darf man nicht mitmachen, dass man noch zu jung ist. Ja, ja. Gibt's so. Ja, ist so. Puppe, du mit 15 noch nicht. Ab 17, Danny ist in Ordnung. Aber... Ja, ja. Ich bin gar nicht 17. Ich bin doch im Kindergarten. Ach, stimmt ja. Okay, Danny... Aber das reicht. Im Kindergarten muss man nicht so früh schlafen gehen. Stimmt. Da macht mir der Mittagsschlaf und sowas. Ja. Richtig. Das darf ich noch zwischendurch dann machen, wenn ihr noch weiter sagt. Ne, das darfst du dann nicht, weil jeder Teilnehmer darf pro Stunde nur fünf Minuten Pause machen. Ja. Naja, dann machen wir fünf Stunden. Das kannst du dir anhäufen. Genau. Nein, nein, der wird dann nicht... Ne, ich würde dann... Pro Stunde, ja. Ich würde mindestens zehn... Ne, Danny. Ich würde mindestens zehn oder zwölf Stunden sagen. Erst 50 bis... äh, 50 Minuten bis zwei... eine Stunde. Kannst du dann alle zwölf Stunden, eine Stunde schlafen. Ja. Ne, wir machen 24 Stunden, dann schlafen mal zwei Stunden. Ja, aber es dürfen niemals alle gleichzeitig pennen. Ne, das darf nicht. Na klar. Also, 55 Prozent der Mannschaft müssen, glaube ich, immer senden. So weit ich weiß. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber jetzt mal für alle Leute, die es glauben, nein, wir machen es nicht im Sommer. Also, wir würden es gerne machen, aber ich glaube, das wird nicht zu der Stande kommen. Ne, ich glaube es ist auch nicht... Leben der Zeit, aber... Wieso eigentlich nicht? Jetzt mal ganz blöd gefragt, wieso nicht? Ja, ne, ja... Es war... Ragequid, Escape, Verbindungen trennen. So, tschüss. Also, für den Sommer. Warte mal zu? Alter Mann, der nimmt auf und liftet. Ja, war bescheuert. Was wolltest du machen? Aber richtig... Äh, so für zwei, drei Wochen bei dir einziehen, so. Ne. In den Sommerferien. Der muss auch, äh, Wohngeld zu halten hier. Wohngeld, das heißt Mieter. Ah, ich will mir mein eigenes Essen und alles. Ne, ja, wegen Strom, Wasser und alles sowas. Man braucht keinen Strom. Ne, ich brauche keinen Strom. Ne, gar nicht. Wasser... Wasser brauchst du Honig, warte, Danny? Was ist das Wasser? Ne, ich kann doch Dreck draussen nehmen, reicht doch. Es gibt, es gibt Völker, die waschen sich mit Dreck. Was ist nachher lustig? Was gibt die Schweine? Schweine sind kein Volk, Mann. Doch. Das ist der Armer. Das Schweinevolk in Neuguinea. Hast du was gegen Neuguinea? Nein, das ist... Ne, eigentlich nicht. Nein, ja, ne, eigentlich nicht. Sagt doch einfach Lampukistan. Was, was gegen Lampukistan? Ne, ich mag Lampukistan. Vor allem die Nachrichten darüber sind es nicht, oder? Ja. Bei, bei Twitch? Bei Twitch, genau. Ja, die auch keine Marken nehmen. Keine... Marken... Marken außerdem. Da haben wir Marken bekämen. Aber meine, meine damalige Singleplayer-Map hieß auch Lampukistan. Oh, lecker. Erstmal eine Kova trinken. Eine Kova? Eine Kova. Ich hätte... Ich hätte auch gerne eine Kova, aber ich hab bloß, äh, Twaza. Wasser! Ey, Wasser ist doch keine Marke. Du vorliegst doch. Ich glaub er mein Erd. Wenn wenigstens eine Marke wäre, dann wäre der wenigstens Witze gewesen. Komm. Ey, Willi, baust du hier mal mit? Ich springe ja rum, Nio. Ich springe auf meinen Mammon. Du musst die zweite Schicht machen. Ich springe auf meinen Mammon-Fernseher hin und her. Ja. Auf deinem Fernseher? Hast du jetzt auf dem Boden gelegt und machst jetzt, äh, Just Dance oder so? Ja, genau. Mammon. Das ist ja Fernsehmarke. Komm mal her, Tottene... Oh Gott. Mann! Tottene? Typ, komm mal her. Typ. Hi, ich bin Typ. Hallo, hallo Typ, komm mal her. Typ, komm mal her, ey. Das ist der Hammer. Ich überlege noch lustige Marken, die man noch erwähnen könnte. Ähm... Danceflow. Nein. Noooo. Die gibt's ja aber auch schon. Jawah? Jawah! Jawah gibt's auch schon! Jetzt kommen wir her, Mann! Ich hab doch bloß Jawah gesagt. Jawah gibt's auch schon, ja. Echtig. Mönoo! Damit brauchst du hinter mir her bitte. Damit brauchst du hinter mir her... ich finde es so schwer so wie immer ich dachte wir zocken einfach so eine runde 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 und schicken hier nicht genau nicht wunderbar zum beispiel ist ja ich weiß natürlich wieder weg alter ja davon einfach dass du behindert wir machen bitte darüber und er macht wirklich etwas ohne spaß und ich sehe es jetzt nicht ein creator von was zu lassen ja ich hätte ich auch mal können aber es ist jetzt nur jemanden was ist denn die 33 überhaupt pissen das ist ja man ja es war pissen bei mir bei mir stand pissen ja ja wenn die wofen die mauer werden vielleicht noch einmal ihr baut eine mauer ohne mich mauer ja so ist das ja ich habe mal warm marburg wo siegungs wo siegams haben wir geil wo siegams die neue graugummi marke wo siegams kommen sie und kaufen sie das schmeckt gut aber nur mit einem mut für risiko und nehmen wirken fragen sie ihren bestatter und gestattet das racing game fünftel ist die eingetragen das machen zeichen wo ja wenn sich halt wenn es racing ist eine marke müssen sie leben lassen oh ja ich habe kein holz mehr denn ich habe recht hoch gebaut ich idiot bist zu hoch vielleicht die kann und ich bin gerade irgendwie lektet auf dem server ja komisch dass das du ein kack internet hast du das war ein kack pc und kack haus warum meinst du recht du hast du nur ein holzsatz ja reicht mir meinst du neu ihr habt holz sagst du du darfst dich da nicht hochbauen klick 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 ach ja und die musik läuft mal runter das ist schön ich habe keinen holz ich habe vor allem guten witz gemacht und keiner reagiert auch ich habe ich habe auch gar nicht gehört ich habe ihn gar nicht wahrgenommen ne ich habe holz vor der höchste hab ich gesagt ja und was ist da ein witz ne ja holz jeder weiß alles jeder weiß auch dass ich dass ich keine hütte hab in der ich wohne und und da kein holz vor ist ach meine witz waren auch mal besser oder ja witz du hast sie immer als witzig gebracht ja ja nie so wie pope meinst du ne der immer nur nix sagt und immer auch voll stummig der sagt doch was er zieht das immer nur ne ja ey was ist denn ich hab doch da ja nix ey ich mach doch gar nichts heute raus ich mach doch gar nichts heute raus ja deswegen bist du auch afga ja ey 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 ich bin einfach mal afga-popi ist doch ok ey ey ey